Auch wenn die halt ein bisschen seitlich geht oder sowas, die halt Richtung Süden ungefähr geht. Warte mal. Please don't kill me. I'm a Bambi. Whatever. Yo, thank you. Bye. Bye. Lol. Boah, wof, ihr sind First-Aids-Kids? First-Aids-Kids. First-Aid-Kids? Weißt du, da ist nix drin. Daniel. First-Aids-Kids. Biss ich. Guck mal, wie dein Häschen. Ohne Scheiß, ich hab letztes Mal an ein Reh gedacht, wo ich das gesehen hab. T-T-T-T-T-T. Ich könnte ja nicht hauen. Hab ich doch gewusst. Obwohl ich die Cola letztes Mal gesehen hab, die ganze Pulle, da ist immer noch eine Cola. Also jetzt muss ich erstmal trinken. Man kann ja nicht weiterlaufen. Ich hab ein Sandstruck in meine Tessertour reingesteckt, deswegen kann ich nicht stehen bleiben. WTF? Ernsthaft? Ja klar, denkst du, ich lauf das alles mit Hand? Oh geil. Ich weiß nicht, wie ich eigentlich mit der Waffe getroffen habe, ey. Das war echt vercrackt gerade. Ist gut, Johnny. Jetzt müsstest du mal dazugucken. Die Tierschlechter. Nein, du Hure. Du musst jetzt 50 Mal draufdrücken, ey. Komm her, Hitler. So, jetzt hab ich noch 3,50 Stunden. Das ist doch locker bis Montag, ne? Hast du denn jetzt in die Wand reingegliedscht? Weiß auch nicht, wo der hin ist. Ja, ich hab den im Knast eingesperrt. Wow! Ah! WTF? Johnny, wo ist der? Geh, leg dich hin! Du bist tot, oder? Ich bin, ne, ich bin bewusstlos. Kannst du mich bandagieren? Ich bin gesperrt. Ich bin. Ich bin nicht das für die Mutasen. Ich bin nicht. Oh, das ist das. Ich bin nicht. ARD Text im Auftrag von Funk